Was ist das Regal aus der XI-Familie, wo die Präsentation und nicht die Kapazität der Flaschen im Vordergrund steht? XI-Presenter kann an einer Wand oder an einer Decke befestigt werden und endlos lange aufgebaut werden. Bei XI-Presenter können Sie aus unterschiedlichsten Flaschenauflagen wählen und diese individuell pro Regal kombinieren. XI-Presenter kann mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Flaschenauflagen ausgestattet werden. Beispielsweise die Auflage Site Gallery 2x2, bei der zwei Flaschen in der Breite und zwei Flaschen in der Tiefe aufgelegt werden. Site Gallery 3x2, bei der drei Flaschen in der Tiefe aufgelegt werden. Die sogenannte Front Gallery, für die Flaschenpräsentation von vorne, für bis zu neun Flaschen. Und das sogenannte U-Shelf, für die liegende oder stehende Lagerung von Flaschen oder Kisten. Alle Flaschenauflagen sind materialisiert in Stahl bzw. Aluminium, Anthrazit und holzeiche Natur. XI-Presenter kann optional mit einer LED-Beleuchtung, die indirekt nach hinten beleuchtet, kombiniert werden.